Das ist Tim. Tim fragt sich, welcher Ort sich wohl am besten für Sprachaufnahmen eignet. Da Tim kein professionelles Tonstudio zur Verfügung steht, muss er sich nach einem möglichst hallarm Ort umsehen. Am besten eignen sich hierfür Räume mit niedrigen Decken, vielen Möbeln, Teppichen und dicken Vorhängen. Schlecht hingegen sind hohe Räume mit harten Böden, kahlen Wänden und großen Fensterflächen, da diese Räume sehr hallig klingen. Tim weiß jetzt, was er bei der Auswahl des Aufnahmeraumes beachten muss.